So, heute ist der Tag, eine Probe, eine 4 cm Probe für das Labor, so dass die Jahresringe gezählt werden können und ausgesucht haben wir uns hier einen Stamm. Schöne Stirnfläche, unten liegt er ein bisschen frei und dann denke ich, können wir hier locker 4 cm dann wegziehen. Okay, wie lang ist dein Schwert? Ich glaube, das ist ein 90er. Okay. 90er Schwert. Alles klar. Wolltest du noch mal laufen lassen oder? Wolltest du noch mal laufen lassen? Das sägen wir noch ein bisschen ab. Hast du gesagt, wolltest du ein bisschen beigehen? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Na, das war doch mal eine gelungene Mission. Sehr schön. Alter, was ist das für ein Hohenstaub? Respekt, die Kette ist aber auch wirklich scharf. Das ist nicht wieder los. Wahnsinn. Wahnsinn. Schön schwarz. Ja. Gut. Ab in die Post und dann ins Labor.